Kiew! 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 HALRоже�Nippf! Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video! Ooooooo! Wointa! Die habe ich durch Zufall gefunden und schimpfen sich Mighty Minnets, Die sind von DC, eigentlich DC Kids, aber, hey! Das Kind in mir wollte das unbedingt haben. Deswegen hab ich mir mal zwei Figürchen geholt und ich hoffe inständig, dass ich zwei verschiedene habe. Wir haben 2,99€ gekostet. Hab ich aus der Meierschen. Buchhandlung. Und ja, mal gucken. Das war ja einfach. Was haben wir da? Müssen wir das noch zusammenbauen? Ist es noch heile? Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Also, die müssen auf jeden Fall zusammengebaut werden. Also, ich würde definitiv sagen, keine unter 3 Jahren. Nein! Oh, ich habe Batman. Oder? Nein, ich habe Robin. Oh, ich habe Robin. Ich versuche ihn mal zusammenzubauen, ohne ihn kaputt zu machen. Ich zeige es euch sofort. Also, drin. Okay. Oh. Ich schneide den Umgang dran. Und da haben wir ihn schon. Definitiv Robin. Rahmenhaltung finde ich jetzt ein bisschen, naja gut. Aber okay. Das ist auf jeden Fall, wie ihr seht, nicht ganz so groß. Wenn ich das am Tisch lege, seht ihr den Unterschied. Der Zettel ist jetzt auch nicht so klein. Das ist auf jeden Fall schon mal der Erste. Da haben wir Robin. Also, es gibt Superman. Es gibt Flash. Es gibt, mein Gott, das ist er. ja. Also, es gibt ganz viele davon. Das ist hier Checklist. Ich hätte ja gerne noch Wonder Woman, aber ich glaube, die ist in der anderen Serie. Ich habe jetzt hier Serie 1. Ich gucke mal, ob ich Serie 2 noch irgendwo kriege. Wer weiß. So. Ich gucke mal hier alles ausräumen. Natürlich just den, wo ich keine Ahnung habe, wie der heißt. Also, den da. Also, ich kenne jetzt ziemlich viele von den DC-Helden oder auch Villains. Also, ich weiß nicht, wer das ist. Ich bin auch schon die ganze Zeit noch überlegen. Ich werde es mal recherchieren. und werde euch dann, äh, unten in die, in die, äh, ja, Videobeschreibung reinpacken, wie der heißt. Also, jetzt auf Anhieb fällt es mir nicht ein. Auf jeden Fall finde ich das richtig cool. Die sind wirklich, wirklich süß klein. Also, ich meine, guckt euch meinen Daumen an. Also, ist schon cool. Auf jeden Fall kann ich die, äh, schön zu meiner Sammlung packen. Ich habe ja alles Mögliche von, äh, DC, Marvel und so. Okay, ein paar Sachen. Und, äh, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Wieder unter 5 Minuten. Verdammt. Tschüss. 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 Also, hier vorne. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020